Ja, wir haben die erste Minute gut angefangen und in der richtigen Zeit haben wir das Tor gemacht. Und ja, danach haben wir gut durchgezogen bis Ende zu Null, dann zufrieden einfach. Ja, wir sind natürlich glücklich über die Punkte, aber auch über diese Entstehung. Ich denke mal, die Jungs haben das von der ersten Minute richtig gut gemacht und wir haben uns jetzt mal mit einer guten Leistung belohnt, dass wir die Punkte geholt haben. Ja, Drochtersen haben wir dann selber mehr erwartet, aber die Jungs haben eine gute Medialität auf den Platz gebracht und dass sie Fußball spielen können, das wissen wir. Und für uns ist das wichtig für die nächsten Spiele Selbstvertrauen. Wir haben eine gute Partie gegen Lübeck gezeigt, jetzt gegen Drochtersen nochmal und darauf wollen wir aufbauen und für die nächsten Wochen. Und jetzt kommen nochmal die Gegner Konkurrenz und das ist wichtig für uns nochmal. Wir können jetzt nicht sagen einstellen, sondern wir haben gewisse Punkte vor, mehr Spiele, aber wir wollen dranbleiben und die Jungs sind sehr ehrgeizig und da mache ich mir keine Gedanken. Ja, ich habe direkt gemerkt, dass ich Tor machen kann, also Tor drin war und ja, also geiles Gefühl war das einfach.